Ich bin ein bisschen zu tief in die Welt von Reddit eingetaucht und bin auf ein Subreddit gestoßen, das heißt Fleece-Fetisch. Ein Subreddit für Leute, die, wenn sie irgendwelche Sachen, Decken, Pullover, Hosen, Socken aus Fleece sehen, dann, ne, also, ne, ihr wisst schon. Für solche Leute gibt es da ein Subreddit und da war auch ganz aktuell frisch ein Link zu einem Discord-Server genau von diesem Subreddit drin. Und habe ich mir überlegt, hmm, das wäre eigentlich schon Grund genug, dass dieser Subreddit existiert, darüber ein Video zu machen, weil Jacken und Fleece wird ja gerne und sehr oft kombiniert und deswegen ist es keine Seltenheit, dass man in diesem Subreddit auch die ein oder anderen tollen Fotos von irgendwelchen Frauen in Fleece-Jacken sieht. Aber dann gab es ja noch diesen Discord-Server und da habe ich mir überlegt, gehe ich jetzt das Risiko ein, dass ich dort sehe, wie irgendwelche nackten Männer ihren in irgendwelche Fleece-Jacken oder sonst irgendwas oder halte ich mich da lieber von fern und mache nur über das, was in dem Subreddit zu sehen ist ein Video. Ein Glück ist in diesem Discord-Server NSFW-Content und SFW-Content ganz klar getrennt. Ein Glück, weil sonst hätte ich wahrscheinlich kotzen müssen. Dafür gab es bei diesen SFW-Kanälen, die extra nach der bestimmten Art von Fleece sortiert waren, ganz, ganz tolle Bilder und die möchte ich euch heute nicht vorenthalten, weil ganz ehrlich, wenn man sich bedenkt, dass diese Leute, die diese Bilder posten oder da vielleicht sogar diese Bilder gemacht haben, das Ganze dann ist das schon auf einer ganz anderen Ebene, als wenn ich Anfang des Jahres gesagt habe, Bigami ist schon sehr krank. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Stufe. Fangen wir mal mit diesem Bild an und hier sieht man ganz schön, wie irgendeine Frau, die da so eine schwarze Bench-Fallendeckjacke haben. Ja, die Leute, muss man dazu sagen, die Leute fahren so auf diese Bench-Fallendeckjacke ab. Ihr wisst nicht, was ich da für Bilder gefunden habe, aber die kommen gleich noch. Ey, das ist, boah. Hier sieht man jedenfalls irgendeine Frau, die für dieses Foto eine Bench-Fallendeckjacke trägt und extra nochmal hier den Kragen in die Kamera hält. Für den Fall, dass man nicht weiß, dass das eine Bench-Fallendeckjacke ist oder für die Leute, die nicht wissen, dass auf dem Kragen ganz groß Bench draufsteht oder für die Leute, die für diese anderen Leute halt. Ja, super Bild. Das ist ja ganz großartig. Und das ist erst der Anfang. Als nächstes haben wir zum Beispiel hier ein Bild von irgendeiner Frau, die eine Bench-Fallendeckjacke aus Teddy-Fleece. Bench, what the fuck? Aus Teddy-Fleece? Ihr macht die Dinger jetzt mittlerweile aus Teddy-Fleece? What the fuck? Als ob das aus normalem Fleece nicht schlimm genug wäre, aus Teddy-Fleece? What the fuck? Ja, hier erstmal ein Bild, was man eigentlich auf Kleiderkreise hätte finden können. Irgendeine Frau, die eine Bench-Fallendeckjacke trägt und vor dem Spiegel steht und sich fotografiert. Kennt man ja vom Kleiderkreise. Nichts Besonderes. Aber dann gibt es auf einmal dieses Bild von der gleichen Frau in der gleichen Bench-Fallendeckjacke mit einer Winterjacke da drüber. Und dem genauen Beobachter wird auffallen, ja, diese Winterjacke hat auch nochmal Teddy-Fleece innen drin. Das ist wohl eine der schlimmsten Kombinationen von zwei Jacken, die ich je gesehen habe. Eine Bench-Fallendeckjacke mit einer, da drüber noch eine Winterjacke mit Teddy-Fleece. Welcher normale Mensch macht einfach so ein Foto von sich im Spiegel mit einer Bench-Fallendeckjacke und einer Winterjacke, die gleichzeitig getragen werden? Welcher normale Mensch macht denn so ein Foto? Für die weiblichen Zuschauer. Habt ihr jemals ein Foto von euch so gemacht? Habt ihr euch jemals vor dem Spiegel gestellt und dann gedacht? Ach, ich wollte mein Foto für Instagram. Hm, was nehme ich denn jetzt? Ah, ich hab's. Ich zieh mir meine Bench-Fallendeckjacke an und da drüber noch eine Winterjacke. Das ist super Content. Jemals ist da irgendeiner, der sich gedacht hat, ey, das ist eine super Idee, das mache ich jeden Tag. Eine Bench-Fallendeckjacke mit Winterjacke drüber, die Teddy-Fleece innen drin hat. Was ist das denn bitte für eine Kombination? Drinnen! Vor allem drinnen! Selbst wenn man jetzt sagen, ja, für Kleiderkreise. Aber habt ihr jemals schon mal auf Kleiderkreise einen Bundle gesehen, wo man jetzt sagt, ach, hier gibt's jetzt diese Bench-Fallendeckjacke und diese Winterjacke, beides in einem Pack, nicht separat? Habt ihr das jemals schon mal gesehen? Und hättet ihr ernsthaft erwartet, dass diese Person, die das anbietet, sich dann beide Sachen anzieht? Für den Fall der Fälle, dass der Käufer oder der Kunde, der vielleicht interessiert ist, das auch so anziehen möchte? Und das ist, das macht doch keiner! So was macht doch keiner! Was ist das bitte für ein Selfie? Jetzt mal kurz hier ein schönes Bild, was nicht mit einer Bench-Fallendeckacke fotografiert wurde, aber dafür hier mit einem Onesie und der Spruch... Ja, der Spruch... Wenn es Zeit für Laundry ist und du wirst nicht wissen, was du f***st, wirst du hier sein... Ja, genau, dann ziehe ich mir auch immer einen Onesie an und bin darüber halt nackt und denke mir dann... Hey, diesen Gedanken muss ich jetzt teilen, das ist voll witzig! Ich mach jetzt ein Foto von mir, wo ich auch zeige, dass ich da drunter eigentlich nur Untermöche anhabe und... Was ist es denn? Soll das ein Meme sein oder... Tja... Warum? Wer identifiziert sich denn damit? Welche... Welche... Welche Person identifiziert sich mit so einem Spruch, mit so einem Bild, mit so einem Aufzug? Niemand wird sich damit identifizieren! Niemand! Niemand wird sich da drin wiedersehen! Warum macht man sich überhaupt Gedanken, was man anzieht, wenn man putzt oder seine Wäsche macht? Das ist doch scheißegal, was man dann anhat! Diese Frage stellt sich doch gar nicht! Hashtag Relatable! Als nächstes haben wir hier ein Bild von wieder einer Frau in irgendeiner Mensch-Pfanne-Leg-Jacke und es ist auch wieder so ein Bild, was man auf Kleiderkreise posten kann. Ja, das ist jetzt ein Bild von drei und hier sind die anderen. Das sieht ja so aus, als ob die zwei solcher Jacken gleichzeitig anziehen würde. Ja, das kann ja nicht sein! Das muss irgendeine optische Illusion sein! Es wird doch niemals jemand zwei Mensch-Pfanne-Leg-Jacken auf einmal anziehen! Also, das wäre ja schon über dem Level von extrem und ultra krank darüber hinaus! Also, das macht ja keiner! Wer zieht denn zwei Mensch-Pfanne-Leg-Jacken auf einmal an? Also, das ist ja... Das ist nicht mehr mit irgendeinem normalen Grund zu rechtfertigen! Bei dem Bild eben, gut! Es ist halt eine Bench-Pfanne-Leg-Jacke! Die ist halt dünn und dann kann man ja schon mal überlegen, das ist zwar ziemlich schrecklich für mich als Trigger, aber es ist ja so gesehen theoretisch und vielleicht auch praktisch möglich, das so anzuziehen! Aber das, zwei Mensch-Pfanne-Leg-Jacken übereinander, das macht niemand, der nicht darauf geil wird! Das macht niemand! Niemand würde sich zwei Bench-Pfanne-Leg-Jacken auf einmal anziehen! Das macht einfach vom Kleidungsstil, von der Funktionsweise sonst in keinster Weise irgendeinen Sinn! Das ist, als ob ich mir jetzt zwei Winterjacken der gleichen Art übereinander anziehen würde! Das macht auch niemand! Oder zwei Sweat-Jacken, zwei normale Sweat-Jacken übereinander! Das macht man auch nicht! Man macht das, wenn man so dicke und dünne Jacken kombiniert! Das ist alles ganz normal! Es gibt nicht ohne Grund diese verfluchten 3-in-1-Jacken! Aber zwei Jacken und vor allem diese Bench-Pfanne-Leg-Jacken, die ja extra diesen Kragen haben, damit er den Hals wärmt, machen keinen Sinn, wenn man die übereinander anzieht! Irgendwie wenn du jetzt sagst, ach heute ist es so kalt, ich zähle jetzt mal zwei Bench-Pfanne-Leg-Jacken an! Nein! Jeder würde eine dünne Jacke und eine dicke Jacke anziehen! Aber nicht so zwei der gleichen Art! Niemand würde das normalerweise machen! Niemand würde sich einfach so zwei Bench-Pfanne-Leg-Jacken anziehen! Das macht niemand! Es ist praktisch läuft es auf Null! Es macht niemand! Warum ziehen sich Leute Bench-Pfanne... Zwei Bench-Pfanne-Leg-Jacken auf einmal an! Warum? Warum?! Und dann zeigt die uns auch noch einfach so... Ja, hier sind nochmal beide Klettverschlussseiten geöffnet und sowas! Oh Gott Leute! Das könnte man auch gut als Cursed Image betiteln! Verflut, das ist doch... Verflut, das ist Cursed, das ist... Gott, verdammt, was ist das?! Zwei Bench-Pfanne-Leg-Jacken übereinander! Und die andere ja auch, die wir am Anfang gesehen haben! Das ist ja auch offensichtlich eine schwarze Bench-Pfanne-Leg-Jacken und eine braune Bench-Pfanne-Leg-Jacken! Es ist noch nicht mal mehr ein Einzelfall! Das machen die... Das machen mehrere Menschen! Das ist... Was ist das denn?! Ich werde Reddit für die nächsten 50 Monate... Das wird mich Reddit nicht mehr sehen! Ich habe absolut genug! Ich bin noch auf dem Discord-Server rausgegangen, weil... Da gab es auch eine... Ein Bereich für Bilder von Männern und da hab... Das wollte ich jetzt... Das... Einfach... Euch mal... Ersparen! Weil... Das... Reicht! Ist... Alles... Reicht! Ja, das war's auch schon wieder! Wie ist eure Meinung dazu? Was denkt ihr über diese Leute, über diese Bilder? Könnt ihr euch mit irgendetwas davon identifizieren? Könnt ihr irgendetwas davon nachvollziehen? Schreibt mal eure Meinungen und Ansichten in die Kommentare! Das würde mich mal sehr interessieren! Besonders bei solchen... Bildern von solchen Menschengruppen! Ich verabschiede mich für dieses Video! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Liken! Abonnieren! Ciao! Ciao! Haha!